Sie ist offen. Wie viele Sexpartner hattest du? Oh Gott. Ehrlich. Mach dich sowas an. Ich rückte alles offen. Und kennt keine Tabus. Er darf dich schon fest antrücken. Ich bin kein Püppchen. Wenn Paula kommt, gibt es nackte Tatsachen. Warum mache ich nichts? Und knisternde Erotik. Mein Freund hat mir die ganze Zeit zugesehen dabei. Das war echt krass. Geschichten unterhalb der Doppellinie. Die neuen Folgen Paula kommt. Ab 12. November 22.50 Uhr auf SIX. Ganze Folgen und Infos zu Paula kommt, findet ihr auch auf SIX.de.